Hey Leute, was geht? Wir fahren heute wieder die Daumenstrecke, die ich schon mal gefahren bin auf meinem YouTube-Kanal. Ich verlinke jetzt hier oben mal die Videos oder hier, keine Ahnung auf welcher Seite. Aber ich würde sagen, auf geht's! Wir haben gerade bemerkt, dass es gewittert. Es wäre nicht so eine gute Idee, hier lang zu fahren, denn ich will abschalten. Wir haben gerade bemerkt, dass es gewittert. Wir fahren jetzt einfach zum Spielplatz, wo wir unsere Fahrräder umzustellen können und wir auch sicher sind. Und ja, tschau! So, das hat sich jetzt wieder so halbwegs berühmt. Auf jeden Fall ist kein Regen mehr. Das Gewitter ist jetzt nicht weitergezogen. Auf jeden Fall sind wir zum Sommer, bis hier im Wald hoch. Und ja, tschau! So Leute, wir haben jetzt bemerkt, dass dort das Gewitter ist. Wir fahren dort hoch. Und also, ja, also noch nicht tschau, bitte gleich, wir sehen uns oben oder ein paar Clips auf dem Weg. So Leute, wir sind jetzt angekommen. Auf jeden Fall, auf den Hügel. Dort geht's runter. Zwei Wege, wir fahren links, sind auch schon mal rechts gefahren mit Winter Edition und Gantemalus. Ähm, runtergefahren und halt einmal hier mit neuen Bremsen. Hier nochmal mit neuen Bremsen. Ein Essie-Fahrrad und ein Gopo-Fahrrad zusammen. Die haben sich kombiniert anscheinend. Ähm, und ja, es wird dann immer noch ein bisschen dort hinten. Auf jeden Fall, wir würden sagen, los geht's! 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 Ah! Alles klar? Meine Woche war gerade leer. Scheiße, Liga. Ih, was haben wir gemacht? Mit dieser Treue? Ich bin ziemlich hoch im Gang. Aber wenn ich steh nicht bin. Ach du Scheiße. Los geht's. Ich bin immer noch mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017